Womit wir nun zum internationalen ETHICON Black Planet Award 2011 kommen. Mit diesem Preis stellen wir die Verantwortlichen des japanischen TEPCO-Konzerns an den Pranger. Zu den Verantwortlichen bzw. zum TEPCO-Konzern brauchen wir kaum etwas zu sagen. In allen stehen nicht nur die Bilder der explodierten Atomreaktoren in Fukushima vom März dieses Jahres vor den Augen. Immer wieder kommen neue Schreckensnachrichten über das Ausmaß der atomaren Verstrahlung der Menschen, der Umgebung und sogar des Meeres in den Medien. Die Langzeitfolgen der Katastrophe sind nicht abzusehen. Der mit dem Black Planet Award geschmähte Tsuneshiya Katsumata ist der Vorsitzende von TEPCO. Der ebenfalls geschmähte Masataka Shimizu war zum Zeitpunkt der Katastrophe der Präsident des Konzerns. Mittlerweile ist er zurückgetreten. Sein Nachfolger ist der ebenfalls an den Pranger gestellte Toshii Nishisawa. Auch in diesem Fall sind die Großaktionäre und Großaktionärinnen des Konzerns mitverantwortlich für die wohl größte industrielle Katastrophe in der Geschichte der Menschheit. Einzig im Interesse der Profite. Die Schmährede, auf die mit dem internationalen Ethikon Black Planet Award 2011 an den Pranger gestellten Managerinnen und Manager, Großaktionärinnen und Großaktionären, wird Professor Elmer Altvater halten. Sie kennen ihn sicher. Er ist ein bekannter Politikwissenschaftler, der am Otto-Suer-Institut der Freien Universität Berlin gelehrt hat. Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied des Instituts Solidarische Moderne und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von ATAG. Lieber Professor Elmer Altvater, darf ich Sie auf die Bühne bitten? Bitte begrüßen Sie ihn mit mir zusammen. Applaus Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist natürlich kein Vergnügen, eine Schmährede zu halten. Ich hatte mir auch nie gedacht oder geträumt, dass ich mal eine Schmährede auf einen Konzern halten muss, den ich eigentlich gar nicht so kannte bis zum 11. März dieses Jahres. Natürlich wusste ich von den Atomkraftwerken in Japan und hatte mich immer gewundert, wieso in Japan so viele Atomkraftwerke gebaut werden und keine Antiatombewegung oder keine wirksame und mächtige Antiatombewegung auf die Straßen ging, obwohl durch Japan das einzige Land auf Erden ist, in denen die Atombombe schon zweimal explodiert ist im Jahre 1945. Es lag mir also sehr fern und eine Schmährede auf fernstehende Konzerne bzw. das Management oder die führenden Manager dieser Konzerne zu halten, ist also außerordentlich problematisch, ist außerordentlich schwierig und ist mit einer gewissen Anstrengung auch verbunden. Auch die Hunderttausenden von Japanerinnen und Japaner waren dem Tepco-Management, der Firma, den Atomkraftwerken vielleicht sehr fremd oder auch sehr nah. Ja, sehr nah, wenn sie mit dem Shinkansen ziemlich nah daran vorbei geflogen sind, fast, weil sie so schnell sind. Sie haben sich nicht darum gekümmert, was an den Atomkraftwerken da eigentlich stattfindet. Aber am 11. März dieses Jahres webte zunächst die Erde, wie wir wissen. Dann wurde ein Tsunami ausgelöst, eine Sintflut, die das nur 11 Meter über dem Meeresspiegel direkt am Strand errichtete Kernkraftwerk von Daichi Fukushima zerstörte. Eine Naturkatastrophe plus einem atomaren Gau, dem größten anzunehmenden Unfall für die Verantwortung eigentlich niemandem so recht zugeschrieben werden kann? Oder ist dies nur ein weiteres Zeichen dafür, dass wir mit Energien und mit Techniken operieren, deren Horizonte weiterreichen als das menschliche Fassungsvermögen und die Reichweite der Beherrschung dieser Prozesse der Energieumwandlung und deren Folgen? Es ist nicht ganz so. Denn dass die doppelte Naturkatastrophe von Erdbeben und Tsunami zur Atomkatastrophe schlimmer als Tschernobyl werden konnte, ist auch eine Folge von Entscheidungen des TIPCO-Managements. Vor und nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Das hoch angesehene japanische Sustainable Management Forum hat sie als fehlerhaft und als unangemessen bewertet. Und dafür tragen selbstverständlich der Vorsitzende des Betreibers des AKW Fukushima, des größten japanischen Energieversorgers TEPCO, Tsuneshiya Katsumata, der ehemalige Präsident der Firma Masataka Shimizu, der derzeitige Präsident der Firma Toshio Mishizawa. Sie tragen dafür selbstverständlich auch Verantwortung. Die TEPCO-Leute haben Hunderttausenden ihrer Landsleute Not und Elend gebracht, tragen für langwierige Gesundheitsschäden infolge der Verstrahlung Verantwortung. Auch dafür, dass große Areale des Landes für lange Zeit unbewohnbar sein werden und dass in die Nahrungskette radioaktive Stoffe in nicht bekannter Menge und mit nicht genau abschätzbarer Wirkung gelangen konnten. Kurz, die vermaledeiten TEPCO-Leute sind verantwortlich für den größten anzunehmenden Unfall in der Nukleargeschichte oder in der Industriegeschichte der Menschheit, die schon gesagt worden ist. Diesen Unfall ein zweites Tschernobyl zu nennen, ist eine Untertreibung, denn Fukushima stellt Tschernobyl in den Schatten. Das sind die Gründe, warum eine Schmährede nicht nur gerechtfertigt, sondern eigentlich auch notwendig ist. Das, was in Fukushima auch in der Verantwortung der TEPCO-Manager geschehen ist, darf sich nicht wiederholen. Acht Monate nach dem GAU wurden Anfang November 2011, also vor wenigen Wochen, zum ersten Mal Journalisten in die Atomruine gefahren. In Schutzkleidung, denn die Strahlung beträgt wie die Dosimeterzeiten 300 Mikrosievert pro Stunde. Also bekommt man in Fukushima in drei Stunden die maximale Jahresdosis an gerade noch verkraftbarer atomarer Strahlung ab. Selbst die Schönredner, wie Masao Yoshida aus dem Management der Fukushima-Ruine, die TEPCO zur Beruhigung an die Medienfront geschickt hatte, sie können nicht umhin, als zu gestehen, there is still danger, fast ein Dreivierteljahr nach der Katastrophe. Und dass sie aufräumen arbeiten, so wurde dann auch gleich hinzugefügt, noch 20 Jahre dauern werden. 20 Jahre, wodurch in den vergangenen acht Monaten in der Atomruine bereits 480.000 Schutzanzüge verbraucht worden sind und als atomarer Sondermüll auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände gelagert werden müssen, weil in Japan genauso wenig wie in Deutschland und anderswo für den Atommüll ein Endlager zur Verfügung steht. Und ob 20 Jahre für die Entsorgung ausreichen, ist eher zweifelhaft. Sie werden wahrscheinlich alle gelesen haben in den letzten Tagen Zeitungsmeldungen, dass die Entsorgung des nach 1990 stillgelegten kleinen Atomkraftwerks von Rheinsberg in der Nähe hier von Berlin 60 Jahre in Anspruch nehmen wird. Es muss sogleich betont werden, dass nicht nur das TEPCO-Management Verantwortung trägt für die langfristige Verstrahlung großer Gebiete in Japan und im Pazifischen Ozean, deren Folgen sich erst in Zukunft zeigen werden. An dem nukleokratischen System, wie man es nennen könnte, sind viele andere Charaktermasken eines Kapitalismus beteiligt, der sich keine Fesseln anlegen lassen möchte, um möglichst große Profite machen zu können. Auch wenn die Erde bebt, das Wasser sich zur Sintflut türmt und atomare Brennstäbe schmelzen. TEPCO ist hier ein Großkonzern mit mehr als 50.000 Beschäftigten, die Subunternehmen gar nicht berechnet. TEPCO betreibt 17 AKWs, nicht nur in Japan und gehört nach EDF, dem französischen Konzern, E.ON in Deutschland und RWE zu den vier größten Nuklearunternehmen der Welt. Das Aktienkapital halten die Stadt Tokio, große japanische Lebensversicherer und Banken. Der GAU, den die verantwortlichen TEPCO-Manager nicht verhinderten, wäre wohl vermeidbar gewesen, selbst wenn man eine betriebswirtschaftlich bornierte Handlungsrationalität und wenn man noch nicht einmal ökologischen Weitblick, soziale Verantwortung, ökonomische Langfristigkeit im Denken, politische Rücksichtnahme oder aber Respekt vor der Natur unterstellt. Der Konzern war wie andere Konzerne auch auf die Maximierung der Profite eben aus. Dennoch hätte der damit begründete Kostendruck nicht zu Wartungsmängeln und Einschränkungen bei der operativen Kontrolle in Fukushima führen müssen. Es wurde das Vorsorgeprinzip, das seit 1992 auch in internationalen Verträgen verankert ist, verletzt. Es wurde verletzt, weil man eventuell davon ausgehen konnte, der Fall wird doch nicht eintreten und dafür Vorsorge zu treffen ist teuer und diese Kosten kann man sich ja wohl sparen. Das freut die Aktionäre. Gut. Gut.